Der neue Patch für die GTA Remastered Trilogy behebt über 100 weitere Fehler, die nächste Grafikkartengeneration ist vielleicht schon näher als wir dachten und die Devs verraten neue Details über Starfield. Mein Name ist Natascha und das sind die News. Nachdem bereits letzte Woche der erste große Patch für die Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition einen ganzen Haufen großer und noch größerer Probleme behoben hatte, steht schon heute der nächste bereit. Und der fixt nochmal über 100 Fehler. Die alle aufzulisten würde den Rahmen dieser Sendung definitiv sprengen, aber mein Kollege von GamePro hat die vollständigen Patchnotes in einem Artikel zusammengeschrieben. Zudem kommt ihr über den Link in der Videobeschreibung oder hier oben über die Infokarte. Nach dem letzten, dem ersten großen Patch waren noch reichlich Probleme übrig. Offensichtlich immerhin wurden gerade wieder über 100 adressiert. Wie viele Bugs und Glitches den Spielspaß jetzt noch stören, bleibt abzuwarten. Keine Freude dürften weiterhin diejenigen haben, die das Spiel für die Nintendo Switch gekauft haben, denn in den Patchnotes wird nirgendwo erwähnt, dass das Update auch für diese Plattform gilt. Schade, denn auf der Hybrid-Konsole läuft die Definitive Edition besonders mies. Einige Probleme, die nur die Xbox-Konsolen betreffen, wurden allerdings angesprochen. Von den drei in der Sammlung enthaltenen Spielen scheint San Andreas das größte Sorgenkind zu sein, jedenfalls ist der Abschnitt in den Patchnotes, der dieses Spiel betrifft, am längsten. Einige der Fehler betreffen auch nur eher kleine Dinge wie Rechtschreibung, sehr viele Probleme sind aber tatsächlich durch das KI-Upscaling entstanden, zum Beispiel einfach vollkommen falsche Formen, wie in diesem Fall. Ob das Spiel nach dem Patch jetzt stabiler läuft, das müssen wir jetzt erstmal sehen. Etwas ganz Neues ist außerdem auch noch mit dabei, nämlich eine neue cineastische Kameraperspektive, die das Spielerlebnis wie einen Film wirken lassen soll. Und es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht, vielleicht liegt es daran, dass alle verfügbaren Kräfte gerade an den Verbesserungen arbeiten, vielleicht hat es auch andere Gründe, jedenfalls wurde auch der Release der physischen Version der GTA Trilogy Definitive Edition nochmal verschoben. Die Version für die Xboxen und die Playstation 4 soll nun am 17. Dezember kommen, die Nintendo Switch-Version sogar erst Anfang des nächsten Jahres. Die Wahl zum Unwort des Jahres 2021 ist zwar noch nicht abgeschlossen, ich bin aber klar dafür, dass es Hardware-Knappheit wird. Ich lese immer wieder in den Kommentaren, dass ihr es nicht mehr hören könnt, aber glaubt mir, ich mag's auch eigentlich einfach nicht mehr sagen. Verzeiht mir also, dass ich mich an einem möglicherweise viel zu kleinen Hoffnungsstimmer festhalte. Denn es könnte sein, dass die nächste Generation der Nvidia-ATX-Grafikkarten die 40er-Serie schon eher in den virtuellen Supermarktregalen stehen könnte als gedacht und das in gar nicht mal so kleiner Menge. Der vielleicht wichtigste Hinweis darauf ist, dass die Kryptowährung Ethereum von Proof-of-Work to Proof-of-Stake wechseln wird, was zur Folge hätte, dass für diese Währung das Mining deutlich abnehmen würde. Und weniger Mining bedeutet eventuell mehr Grafikkarten für uns. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass der US-amerikanische Kongress einen weiteren Versuch startet, das sogenannte Scalping zu unterbinden. Ein neues Gesetz soll den Einsatz von Bots verbieten, die die Vorräte von Waren bei den Online-Händern aufkaufen. Diese Taktik wird schon sehr lange angewandt, bis vor kurzem waren Tickets zu begehrten Konzerten, da der große Deal zum Launch der Xbox Series X und PlayStation 5 haben wir es auch da schmerzhaft zu spüren bekommen. Wenn dieses Gesetz durchgesetzt wird, müssen Online-Händler sicherstellen, dass ihre Produkte ausschließlich von Menschen gekauft werden. Zwar können die Scalper dann immer noch manuell Produkte kaufen, um sie für viel Geld auf Ebay und Co. wieder zu verkaufen, aber immerhin können sie dann nicht mehr die Hilfe von Bots in Anspruch nehmen. Und es gibt noch einen weiteren Grund zur Hoffnung, denn es gibt vielleicht einen neuen Spieler auf dem Spielfeld der Grafikkarten. Bisher war dieses Geschäft, vor allem im Kontext von Gaming, klar von Nvidia und AMD dominiert. Seit einiger Zeit hat nun aber China in die Entwicklung von Grafikkarten investiert und tatsächlich sind ein paar konkurrenzfähige Produkte entstanden. Das Unternehmen InnoSilicon hat zum Beispiel eine Dual-GPU bestehend aus zwei Fantasy-One-Grafikkarten vorgestellt, die insgesamt 10 Terafobs Leistung erbringen sollen und 32 GB Arbeitsspeicher bieten. Entsprechend der Informationen von InnoSilicon entspricht diese Leistung der Fantasy-One, also einer Einheit in der Dual-GPU, etwa der einer Radeon RX 6700 XT oder 6600 XT. In Deutschland sind diese Karten noch nicht zu bekommen und es ist im Moment auch recht schwer abzuschätzen, wann es soweit ist. Wenn China aber die Produktion hochfährt, könnte es durchaus sein, dass wir hier eine echte Alternative zu den etablierten Marken bekommen. China könnte aber auch anders eine große Hilfe bei der Hardware-Knappheit sein, denn dort gibt es wohl noch Ressourcen, die überall nachgefragten Chips zu produzieren. Allerdings rät die US-Regierung amerikanischen Unternehmen stark davon ab, Chips aus China zu importieren. Gründe dafür sind die Steigerung der Produktion im eigenen Land, aber auch Sicherheitsbedenken. Wir wissen schon etwas länger, dass Starfield kommt. Aber wie genau die neue große Rollenspielmarke von Bethesda aussieht, das ist immer noch nicht ganz klar. Und das bei einem Titel, der bereits nächstes Jahr erscheinen soll. Das neue Entwicklertagebuch gibt uns nun zumindest ein paar konkrete Ideen und Anspielungen, was das Sci-Fi-Abenteuer alles bieten könnte. Noch einmal schnell zur Erinnerung, in Starfield erkunden wir 2330 und damit Jahrhunderte in der Zukunft das All und wählen unseren Pfad Bethesda-typisch komplett selbst. Dabei will das Rollenspiel vor allem geerdeter als die Konkurrenz sein. Der neue Einblick hat nun neue Artworks gezeigt, die auf ein paar Dinge schließen lassen. Wir sehen weitere Gebiete und Landschaften, riesige Städte und Luftfrachter sowie das Innere eines Raumschiffs. Oder einer Weltraumstation. Vor allem die Innenräume sehen sehr individuell aus, wir können uns Housing also schon sehr gut vorstellen. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir uns ja auch eine eigene Katze halten. Was davon tatsächlich umgesetzt wird und wie groß die Städte dann wirklich werden, erfahren wir am 11.11.2022, dann erscheint Starfield für PC und Xbox-Systeme. Wer gestern mal auf die Steam-Charts geschaut hat, könnte dort ein eher unerwartetes Spiel an der Spitze gesehen haben. Die Statistik behauptet nämlich, gestern am frühen Nachmittag wären fast 500.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig im Capcom Arcade Stadium aktiv gewesen. Aber nein, es haben nicht fast eine halbe Million Leute plötzlich ihre Leidenschaft für Retro-Games wiederentdeckt. Es handelt sich um Bots, die sich inaktiv am Spiel befinden, um Steam-Sammelkarten zu farmen. Steam-Sammelkarten haben einen echten monetären Gegenwert und die ganze Plattform ist voll mit Bots, die in kostenlosen Spielen abhängen, um die Karten zu erzeugen. Bisher hatte das Capcom Arcade Stadium nicht allzu viele Fans. Die Sammlung der Retro-Games wurde in den vergangenen Monaten so ungefähr 50 Mal am Tag heruntergeladen. Und auch die Bots scheinen keinen großen Spaß zu haben. Sie verweilen im Schnitt nur rund 14 Minuten im Spiel. Die meisten Unternehmen versuchen, ihre Neuheiten so lange wie möglich geheim zu halten. Zum einen, um bei der Enthüllung dann den größtmöglichen Effekt zu erzielen, zum anderen natürlich, um die Konkurrenz davon abzuhalten, ihre Ideen zu klauen. Aber es gibt Mittel und Wege, den einen oder anderen Plan frühzeitig zu erfahren. Eine Möglichkeit ist, zu beobachten, was für Patente die Unternehmen so einreichen. Wir hatten schon mehrfach über verschiedene neue Ideen von Playstation, Nintendo und Co. berichtet und auch dieses Mal geht es um ein Patent, das Sony eingereicht hat. Wie immer haben wir nicht besonders viele Informationen, aber die Grafik lässt eventuell auf einen neuen Playstation-Controller für Smartphones schließen. Vergleichbare Produkte gibt es bereits, unter anderem haben Xbox und Stadia Produkte, um auf dem Handy spielen zu können. Dieses Patent könnte darauf hindeuten, dass auch Sony seine Präsenz auf diesem Markt weiter ausbauen möchte. Das könnte, wie eben im Fall von Xbox und Stadia Cloud Gaming sein oder auch die Remote-Play-Funktion der Playstation erweitern. Aber auch Mobile Gaming an sich ist nicht ausgeschlossen. Wir wissen bereits, dass Playstation, Uncharted, God of War und weitere Marken auf die Smartphones bringen möchte und auch ein Kommentar von Sony-Chef Jim Ryan lässt etwas in diese Richtung vermuten. Bei einem Interview im Oktober erwähnte er, dass er möchte, dass Playstation-Spiele von einem fast grenzenlosen Publikum genossen werden können. Und das war's wieder mit den News für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch umfassend informiert und ein bisschen unterhalten. Wenn euch die Show gefällt, dann zeigt uns das mit einem Daumen nach oben oder einem freundlichen Kommentar. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir machen nämlich jeden Tag jede Menge coole Videos hier. Zum Beispiel informieren wir euch regelmäßig über die Spiele, die im nächsten Monat so kommen oder machen spannende Previews und Reviews wie dieses Video hier über Arcane. Morgen begrüßt euch hier wieder Michi zu den News und ich wünsche euch ganz viel Spaß und guten Loot!